Ja, ich habe letztens mal so eine WhatsApp bekommen, wie man schon mehrmals gesehen hat, dass es eine One-Man-Pool-Party war und da habe ich gesagt, komm, machst du mal nach. Dann sind sie auch erst mal geblieben und abends bei der Bierlaune nach über zwölf Stunden Arbeit, habe ich mir gedacht, komm, da machst du jetzt mal nach. Da waren zwei Freunde dabei, haben die Tonne mit Wasser gefüllt und ja, dann habe ich mich da reingesetzt und das Video gedreht. Wie viele Reaktionen gab es bislang? Über 740 Reaktionen oder Aufrufe und 65 Kommentare und ja, jede Menge Likes. Da muss man aber dann Mut haben, oder? Boah, da ist Mut. Schwimmen kann ich und untergehen geht es auch nicht in der Tonne. Und ja, es ist halt einfach so, man muss Spaß haben und witzig sein, dann klappt das schon. Hat sich die ESB schon gemeldet? Nein, bis jetzt noch nicht. Natürlich ist die Tonne jetzt auch wieder sauber geworden und brauchen sie ja nicht mehr den Spülwagen vorbeizubringen. Danke.